Yo Leute, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute spielen wir wieder Fortnite Ranked. Wir sind in Platin 1, haben 91%. Heute kann es soweit sein, dass wir Platin 2 erreichen. Das wäre dann wieder ein neuer Rekord für uns. Die 9% müssen wir wohl hinkriegen. Wir starten in die erste Runde rein und vielleicht ist es nach Runde 1 schon soweit. Let's go! Runde 1 beginnt. Wir gehen direkt am Anfang der Busspur raus und wieder zu unserem Mainlandesspot. Hoffentlich kommen da nicht so viele mit. Ich schätze, dass einer wahrscheinlich da sein wird, mindestens. So in dem Bereich hier. Aber, das macht es nur noch spannender, ob wir jetzt Platin 2 schaffen. Es wird eine Herausforderung, sagen wir mal so. Ich werde mein Bestes geben. Was haben wir da oben für coole Sachen? Oh, da haben wir natürlich ein bisschen gestockt. Jetzt looten wir erstmal und hoffentlich überleben wir lange noch, dass wir Platin 2 erreichen. Da haben wir den ersten Gegner. Oh mein Gott, bin ich schlecht. Der versteckt sich da. Drüben. Das machen wir. Ich glaube, wir sollten eigentlich weglaufen. Aber, wir können ihn vielleicht ja auch holen. Shit. Okay, er chillt. Das ist natürlich hart. Hoffentlich trifft er mich hier nicht. Wir haben halt nur die Waffen hier, ne? Schauen wir mal rüber. Okay. Den Pumpe nehmen wir natürlich immer auch gerne mit. Nehmen wir noch da oben auf dem Dach drauf. Ne, da unten ist er. Okay. War ein guter Held. Boah, ich habe ihm einen White-Hit gegeben, aber jetzt rennt er zu weit weg. Und da hinten ist, glaube ich, noch wer. Damit wollen wir uns nicht anlegen. Wir, äh, hauen ab. Oh mein Gott, ich werde abgeschossen. Von hinten irgendwo. Ich hau hier erstmal ab. Weil ich noch nicht fighten will. Ich bin noch nicht mal in der Top-10. Aber neben mir läuft halt irgendwo noch einer. Wir sind jetzt in der Top-6. Und eben, das ist hier noch einer rumgelaufen, soweit ich weiß. Wir schauen mal. Ich sehe hier noch keinen. Oh. Irgendwo da oben fällt einer rum. Egal, wir gehen ja hier erstmal hoch. Jetzt haben wir noch einen Chest. Looten hier ein bisschen. Wir sind ja schon in der Top-6. Heißt. Weiß haben auch keiner gelandet. Ähm. Das heißt, wir könnten eigentlich schon... schon... Oh mein Gott, nein. 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 Oh mein Gott, was mache ich hier? Sterbe wahrscheinlich. Ich muss schnell die Dings hier nehmen. Ne, ich sterbe, ne? Das gibt's nicht. Ich sechster durch die Zone gestorben. Oh mein Gott. Wie schlecht von mir. Weil ich da noch looten wollte. Aber... Wir sind in Platin 2 trotzdem. Ist das Glück. Was? 16% schon in Platin 2. Das ist krass. Wir gehen in die nächste Runde. Hoffentlich können wir hier unsere Leistung nochmal toppen. So, nächste Runde. Wir müssen ganz schön weit fliegen. Das mindert natürlich die Wahrscheinlichkeit darauf, dass da wer anders ist. Ja. Ist eigentlich ganz gut. Eben. Wären wir da nicht durch die Zone gestorben. Hätten wir vielleicht nochmal einen oder anderen Prozentpunkt mehr haben können. So leider nicht. Aber... Habe ich halt ein bisschen verbockt. Ist nun mal so. Wir... Lassen wir uns davon nicht aufhalten. Wir machen weiter. Eben Gas. Und... Ähm... Vielleicht können wir jetzt... Richtung Platin 3 schon mal gehen. Also... Ich... Werde... Werde... Bin... Werde hungrig. Auf den nächsten... Auf den nächsten Rang. Platin 2 jetzt erreicht. Total... Total cool. Hätte ich nicht gedacht, dass es so schnell jetzt geht. Weil wir haben ja ewig gebraucht von... Gold 1 zu... Hör, da schießt schon wer. Und ich bin auch ein bisschen late raus, ne. Aber egal. Wir haben hier gleich eine Legi-Chest. Der Goldweg hat schon ewig gedauert. Aber jetzt gleich Platin und da schon mal einfach durch. Hier ist einer im Busch einfach. Oh mein Gott. Wo kommt er denn her? Wir haben noch wenig Leben. Und oben habe ich meine Biggies liegen lassen. Die hole ich mir nochmal ganz flott. Und, ähm... Hey, der hat mir noch einen 99er-Hit einfach gegeben. Schnell, wenn wir uns jetzt hier hochbauen. Das war, ähm... Knapp. Und wir gehen hier rein, drängen schnell die Biggies. Schnell, schnell, schnell. Die Zone kommt auch gleich. Ich würde die Minis dann gerne wieder mitnehmen noch. Wir haben auch zwei Slurps. Ein Kill in den Top 15. Das müsste doch schon mal... ...ne krasse Auswirkungen haben. Die ist schon nachgeladen. Jawohl. Und jetzt, wenn wir da drüben nochmal gucken, was er noch so dabei hatte. Wobei, unser AR zum Beispiel ist ja noch ein bisschen, ähm... ...Besserungsbedarf. Aber, ey, ich... Mensch, da hockt er da so. Wir haben nebeneinander gestanden. Wir haben beide überhaupt nicht reagiert, erst mal. Er hat noch eine schlechte Reihe als ich. Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt lieber nochmal verstecken sollte. Ich glaube, es wäre schlauer, ne? Top 10. Und jetzt müssen wir langsam wieder in die Zone. Er rennt schon mal rüber. Eben war hier, glaube ich, noch einer. Ich hab den aber gar nicht gesehen. Ich hab den nur gehört. Oh, ne. Oh, fast ein Fehler. Ja, die Pump ist echt gut, die Goldene. Und ich glaube, die macht auch ordentlich Damage. Aber, muss halt lange warten, bis man wieder schießen kann, ne? Kann halt nicht so spammen wie bei der Trommel. Die eigentlich mein Favorit ist. Die hier in Gold, die ballert halt schon rein, ne? Nehmen wir nochmal hier so ein Speed-Dings mit. Ja, ich würde gerne schon jetzt unter Top. Ben, komm. Oh, da vorne fährt einer mit dem Auto. Also, einer hat jetzt erstmal nochmal sterben. Finde ich erstmal ganz entspannt. Ah, die feiere ich nicht sauber. Nehmen wir mal mit. Ah, ne. Wir bleiben bei der. Die ist cooler, die mit dem Rotpunkt. Hier können natürlich auch überall einer drin sein. Hier haben wir auch noch eine Chest dabei. Mal schauen, äh... Was wir jetzt als nächstes machen. Der nächste Dembo-Schock. Nein, er holt mich. Das gibt's nicht, Thomas. Ach, Mann. Ich habe nur, weil ich ihn im zweiten Schuss nicht mehr getroffen habe. Ich habe mir schon gedacht, dass da wieder einer drin hockt. Ich zähle zwei Gegner und beide sitzen im Busch, in den ich rein will. Das gibt es nicht. Neunter Platz, ein Kill. Müsste aber gut ballern, ja? Oh, das war ja eben gefühlt besser. 27% im Plasien. Zwei ist aber auch, ist auch eine Ansage. Wir gehen in die dritte und letzte Runde. So. Runde drei. Eben, neunter Platz, ein Kill. Eigentlich gute Performance. Aber es hätte halt noch der zweite Kill da in dem Busch da sein können, der mich gekillt hat. Ein 50-50-Ding hätte ich nochmal getroffen. Wäre er weg gewesen wahrscheinlich. Habe ich dann schlecht gespielt. Aber. Trotzdem. Pluspunkte. Dann ist eigentlich alles gut. Solange wir keinen Minus machen. Es hat am Ende auch ewig dann gedauert. Von Top 10 auf Top 9. Also. Das war echt eine lange Zeit. Und hier kommen welche mit. Vargas. Wo landen die? Oh, ich muss aufpassen. Nur eine Pump. Mal sehen. Vielleicht kommt es gleich noch zum Kampf. Und da ist der Gegner und der kommt. Ne, ne? Ne, das kann nicht wahr sein. Nein, ich bin so schlecht. Das kann nicht wahr sein. Ich habe ihn nicht getroffen. Och Mann. Das kann nicht wahr sein. Es gibt richtig Abzug. Ich hätte ihn so easy killen können, aber ich treffe nichts. Wieso habe ich dann nichts getroffen? Och, 18%. Wir müssen noch eine Runde hinten dran hängen. Die Runde eben konnte ich nicht auf mir sitzen lassen. Wir gehen in die vierte und jetzt wirklich die letzte Runde. Egal was passiert. Ich weiß nicht, was da eben los war. Der hatte nur eine MP. Und hat auch so schlecht getroffen. Aber ich hätte ihn auf der Seilbahn schon killen können mit dem Sturmgewehr. Da habe ich aber nichts getroffen, weil ich das Sturmgewehr hasse. Ich werde das nie wieder mitnehmen. Habe ich mir gerade verschlossen. Ich habe es halt einfach verkackt. Und mit der Pump habe ich ihn auch nicht getroffen. Und wo fliegt hier noch einer? Ja, weiß nicht, ob der mir zur Gefahr wird. Wir werden es vielleicht... Nee, ne? Ich werfe es weg. Reicht mir. Und hier ist einer. Oh, bitte nicht schon wieder. Nee, das kann nicht sein. 28. Junge, weil der so random durch meinen Busch fliegt. Mich selber sieht. Das kann doch nicht wahr sein. 28. Was heißt das? Krieg wieder Abzug. Ja, ein bisschen, ne? 13%. Müssen wir mit zur Lobby gehen zurück. Ja, Leute. Wir haben Platin 2 erreicht. Waren zwar zwischendurch schon weiter vorne mit den Prozenten. Aber das passiert auch mal ein paar Rückschläge. Hauptsache, wir sind noch in Platin 2. Nächstes Mal greifen wir mal weiter an. Probieren Richtung Platin 3 zu kommen. Natürlich, ich weiß nicht, ob wir es schaffen. Wir werden es sehen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, lasst mir noch mal oben da. Lasst ein Abo da. Und wir sehen uns das nächste Mal. Rot rein. Ciao, ciao. Und wir sehen uns das nächste Mal.